Hallo, liebe Deutschlernende! Heute sprechen wir über ein schönes Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe mit dem Titel Jeder lebt auf seine Weise. Und ich denke, es stecken viele Weisheiten in diesem Gedicht und deswegen möchte ich es für euch vortragen. Der Text und die Übersetzung ist unten in der Beschreibung. Jeder lebt auf seine Weise. Einer laut und einer leise. Menschen sind so unterschiedlich, temperamentvoll und gemütlich. Überschäumend oder still, jeder so, wie er es will. Doch im Lachen und im Weinen sieht man, wie sie sich vereinen. Glücklich ist, wer nie verlor, im Kampf des Lebens den Humor. Und zwickte es auch mal irgendwo, man lebt nicht ohne Risiko. Drum freu dich oft und lache tüchtig. Noch ist Humor nicht steuerpflichtig. Ja, wie gesagt, der Text und die Übersetzung ist in der Beschreibung und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin gespannt, was du denkst über dieses Gedicht. Was hat dir am meisten an diesem Gedicht gefallen? Und ja, sag mir einfach, was du denkst unten in den Kommentaren und wir sehen uns morgen. Tschüss! Danke fürs Zuschauen! Vielen Dank.